Die königliche Hoheit. Oje. Was für ein Fiasko. Wir müssen die belastenden Fotos eines gewissen Mitglieds der königlichen Familie sicherstellen. Die Fotos sind in einem Bankschließfach bei der Lloyds Bank. Es darf keine Verbindung zu uns geben. Ah, sonst sehen wir alle recht blöd aus. Ich möchte dir ein Angebot machen, Terry. Eine Bank. Wie, ein Raub? Glaubst du ehrlich, wir könnten eine Bank ausrauben? Es geht darum, zu den Bankschließfächern zu kommen. Stehlen ohne Risiko, weil niemand den Diebstahl melden wird. Hallo Jungs, was läuft denn so? Mode ist mein Ding. Schauspielerei. Nichts, wofür man sich schämt. Wir sind keine Bankräuber. Vielleicht kommen wir gerade deswegen damit durch. Wie lautet das Urteil? Wir ziehen die Sache durch. An der Ecke hier ist die Bank, daneben das Chicken Inn und die 189 ist eine Sache. Wir graben einen Tunnel bis zum Tresorraum. Und diese Leute wissen, was sie tun, ja? Oh, absolut. Eiskalte Profis. Alles ruhig an der Westfront-Guy. Aber keine Namen, Eddie. Entschuldige, Dave. Over. Jetzt kassieren wir den Lohn für unsere Arbeit. Wir sind drin. Her mit den Mäusen. Sieh dir das an. 47er. War ein guter Jahrgang, glaube ich. Oh nein. Wo kommen die denn her? Die wär's, wenn du uns verrätst, worum es hier wirklich geht. Wenn Sie uns vielleicht eine Liste des Inhalts... Der ganze Sinn und Zweck eines Bankschließfachs ist doch, dass Leute wie Sie nicht wissen, was drin ist. Sie haben mich bestohlen und Freunde von mir auch. Beschaffen Sie mir meine Fotos! Nicht jeder Kunde ist ein zufriedener Kunde. Wir müssen diese Typen finden, bevor Ihre ehrlichen Kollegen es tun. Sie haben die Büchse der Pandora geöffnet, Sie Idiot. Das kann uns ganz schön Ärger einbringen. Peace and Love. Zu viel davon, und wir beide verlieren unseren Genre. So viel Spaß hatte ich nicht mehr seit dem Krieg.